Karl Luys So weit ist im letzten Rund noch keiner gesprungen Karl ist im Ziel in 38 und 44 und 50 Weltrekord Das ist Edwin Moses, der Weltrekordmann 47-40, Jahresweltfestzeit So schnell ist hier noch nie einer gelaufen. Ist ja nicht möglich, der Weltrekord um eine halbe Sekunde geschlagen. Weltrekord, Ratsher King, der läuft einen Weltrekord im letzten Grund. Weltrekord, Ratsher King, der Weltrekord. Weltrekord, Ratsher King, der Weltrekord, Ratsher King. Untertitelung des ZDF, 2020